Technik und Informatik sind meine Leidenschaft. Als ich vor fünf Jahren mit meinen Eltern in die Schweiz kam, träumte ich von einem technischen Beruf. Jetzt bin ich im zweiten Lehrjahr bei Metal Toledo in Greifensee. Mein Mentor hat mir geholfen eine Lehrstelle zu finden. Hast du gern Mati oder Geometrie? Willst du auch eine Mentorin oder einen Mentor? Es kostet dich nichts, nur deine Motivationszeit. Bewirb dich da. Es ist mega cool. Mein erster Jugendlicher bestand die Aufnahmeprüfung ans mathematisch-naturwissenschaftliche Gymnasium und ist jetzt in der dritten Klasse. Dann half ich einer Jugendlichen mit viel technischem Talent, eine Praktikumstelle in einer Elektronikfirma zu finden. Sie lernt jetzt Deutsch intensiv und bewirbt sich für eine Lehre als Elektronikerin. Hast auch du gerne Mathe, Geometrie und Computer? Willst auch du einen Mentor oder eine Mentorin? Wir sind dein Team und helfen dir. Nimm dein Leben in die Hand und melde dich an. Es ist kostenlos.